Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten, Wissenswertes aus unserer Region. Mit Norbert Lang. Die Frage, die ich mir bei unserem heutigen Studio-Gast für die Vorstellung gestellt habe, war die, wo bloß fange ich an und wo soll ich aufhören? Denn er ist Fotograf, Artdesigner, Regisseur von Musikvideos. Er war auch mal Schauspieler in einer Serie. Er dreht Dokumentationen mit anderen Worten. Er ist ein Multikünstler von Weltruf, aber er ist vor allem auch eins, ein gebürtiger und ein bekennender Kurpfälzer. Hallo Martin Häusler. Hallo. Martin, ich glaube, viele werden mit deinem Namen als erstes mal die Fotografie in Verbindung bringen, die du ja auch einen Großteil deiner Karriere als Künstler, ich bezeichne es jetzt einfach mal so, Multikünstler betrieben hast. Kannst du damit leben? Ja, also ich kann damit gut leben. Ich habe ja wirklich auch in den letzten 20 Jahren vorwiegend fotografiert. Also es ist auch das, was ich getan habe. Und habe natürlich als Fotograf auch sehr viel rausgekehrt an die Öffentlichkeit, wenn man Ausstellungen macht und so Dinge. Und das ist ja auch der Sinn der Sache. Und dann wird man so wahrgenommen. Warum? Ich habe mal vor einiger Zeit gemerkt, dass man auch Leute überfordern kann. Wenn man einfach erzählt, was man so alles tut und gemacht hat, dann wird es oft schwierig. Und dann habe ich gelernt, es ist einfacher, man steckt sich selbst in eine Schublade. Ja. Das ist wirklich so. Und es gibt so eine Wahrnehmung und dann kann man das gut den Leuten vermitteln. Aber du bist alles andere als ein, den man in eine Schublade stecken kann mit all dem, was du über 20 Jahre mittlerweile gemacht hast. Eine Schublade ist, glaube ich, bei dir das völlig falsche, was man machen sollte. Ja, also, der Veranfassung vielleicht. Genau, du sagst, was ich gemacht habe. Genau, es entwickelt sich ja alles so. Also ich bin ja irgendwann mal da gestartet in diesem Kreativen, in dieser Branche, in der ich da irgendwo gelandet bin. Und das Ganze ist ja auch nicht geplant. Es entwickelt sich. Und dann kommt man vom einen zum nächsten. Dann wird es einem langweilig, wie mir oft. Und dann kommen neue Dinge. Und dann gibt es Dinge, die ziehen sich durch, wie die Fotografie zum Beispiel. Die bleibt auch. Die ist mal mehr, mal weniger. Und dann gibt es Dinge, die habe ich auch schon verteufelt und gar nicht mehr gemacht. Und Jahre später fing ich dann wieder an. Also das ist einfach so ein, ich weiß nicht, ich lasse mich da treiben. Ich lasse mich wirklich treiben. Ich genieße das auch, dass man das in der Branche, wenn man, wenn man so arbeitet wie ich und man hat eine Zeit lang was gemacht, also man hat sein Auskommen. Ich finde es toll, dass man sich treiben lassen kann, dass man gar nicht so genau planen muss, was macht man denn als nächstes. Du hast dein Abitur in Neckargemünd gemacht. Dann bist du sofort nach Heidelberg gegangen. Du wolltest eigentlich Design studieren, hast Arbeitsproben abgegeben und wurdest überall abgelehnt als nicht talentiert genug. Das ist ja jetzt in der Retrospektive ein Treppenbeiz, oder? Ich frage mich zwar jetzt, woher du das weißt, aber das ist richtig. Ich habe mich auch hier in Mannheim beworben an der LH. Ich glaube zweimal, wenn ich mich richtiger bin. Ich weiß nicht mehr, den Professor-Namen habe ich vergessen. Aber ja, ich wollte als junger Mensch nach dem Abitur, wollte ich wirklich Design studieren. Das war so mein Ding. Ich habe Dinge gemacht, die wollte man aber nicht sehen. Ich war Airbrusher. Ich habe geairbrushed. Ich habe irgendwie Motorräder lackiert und so Geschichten. Und dann wurde mir so einfach nahegelegt, dass man das hier doch nicht so braucht und nicht sehen möchte. Und ja, das war damals eine andere Zeit. Ich glaube, heute wäre das auch vielleicht anders. Ja, und dann habe ich das einfach an den Nagel gehängt, die ganze Idee zu studieren, wenn man da mit null Punkten abgespeist wird. Das war wirklich so. Ich habe dann irgendwie so Aufnahmeprüfungen gemacht. Null Punkte dabei raus. Mehrfach, mehrfach. Ich glaube, der Professor, der wird sich heute noch zu Tode ärgern. Ja, keine Ahnung. Ich habe dann ein Erlebnis gehabt, wirklich in dem Zeitraum, das war vielleicht 92, 93. Ich habe damals viel Musik gemacht selbst und dann war ich in Amerika ein Jahr lang. Damals schon und habe da mit einer Band gespielt. Ganz andere Geschichte. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, dort drüben zählt es eigentlich gar nicht, was du, ob du jetzt da so einen Schein machst, sondern einfach so, wenn du was kannst und was zeigen kannst, dann gibt es da Leute, die geben dir Arbeit. Das war bei mir dann so. Und dann habe ich gemerkt, du musst vielleicht gar nicht so ein Studium machen. Du kannst vielleicht einen ganz anderen Weg suchen. Ja. Du hast dann eine Firma gegründet in Heidelberg, die breit gefächert war. Die gibt es heute noch. Die gibt es heute noch, ja. Und hast dann tatsächlich selbst Mediendesigner ausgebildet, obwohl du damals abgelehnt wurdest. war keine große Prüfung dafür zuständig. Du hast das einfach angefangen und hast die jungen Menschen ausgebildet. War das so? Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, Ende der 90er Jahre hatte ich in Heidelberg meine Firma. Wir haben damals Musikvideos produziert, gedreht. Ich war Regisseur. Wir haben viel für das Popgeschäft gearbeitet. Wir haben alles Mögliche gemacht für viele Boygroups und so Geschichten. Ja. Irgendwie. Und da saß ich eben in Heidelberg. Und das war auch dann schon eine größere Firma mit einigen Angestellten. Und damals habe ich dann irgendwie mitbekommen, man kann, es werden Ausbilder gesucht. So war das gewesen. Genau. Es wird, es gab irgendwie diesen Beruf Mediendesigner, den es vorher nicht so gab. Da gab es andere Sachen, Schriftsetzter und was weiß ich was alles. Und dann wurden aber Leute gesucht, die das ausbilden. und dann habe ich mich bei der IHK gemeldet und dann, ich weiß nicht mehr, da kam da zwei Tage jemand und hat irgendwie geguckt, was wir so gemacht haben in den letzten zehn Jahren quasi. Und ich musste da zum Gespräch, irgendwas war da schon noch irgendwie gewesen, aber keine Prüfung. Und dann habe ich diesen Schein bekommen. Und da war ich ganz stolz und habe zwei Azubis eingestellt. Ja. So war das damals. Ich glaube, der gilt heute noch. Vermutlich, vermutlich. Du bist dann später so rum. Der nächste Schritt war im Grunde genommen das, was du eben angedeutet hast. Du hast irgendwann die Backstreet Boys kennengelernt. Ich glaube, in München war das. Und dann bist du mit denen nach Amerika und hast Musikvideos gedreht. War das so der erste große Sprung Richtung Glanz und Klemmer in den Vereinigten Staaten? Also Amerika kam, also ich war schon früh selbst in Amerika wegen meiner Musik, aber das kam dann ein Tick später. Ich habe Mitte der 90er, habe ich, genau, habe ich eben hier in Deutschland eigentlich ein Management kennengelernt. Manager aus Amerika, der Johnny Wright, was damals. Und der hatte irgendwie erzählt, also eigentlich ein Freund von mir hat mich mit dem zusammengebracht und hat erzählt, ja hier und er macht da Bands und überhaupt. Und wir haben dann quasi erstmal für diese Bands, die ja noch nicht mal eine Platte raus hatten, da gab es noch gar nichts irgendwie. Das fing gerade an, haben wir dann T-Shirts entworfen, Design-Sachen gemacht. So Geschichten, was wir ja gemacht haben irgendwie. Und dann wurde es eben riesengroß. Also diese Backstreet Boys wurden halt riesengroß in den 90ern und dann gab es da Instinct und die Britney Spears und was dahin zusammenhängt. Und dadurch kam ich dann schon nach Amerika im Musikgeschäft quasi, in der Funktion, die ich damals hatte und durfte dann andere Bands machen als Designer. Später kamen dann die Videos dazu. Da fing ich dann auch mit dem Fotografieren irgendwann an, also ernsthaft zu fotografieren. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Und dann war man immer wieder öfters in Los Angeles eigentlich nicht da gewohnt oder so. Einfach nur als Besuch oder mal vier Wochen für ein Projekt. Und dann ist ein guter Freund von mir auch da drüber gezogen. Management, mit dem ich hier viel gemacht habe. Und dann hat er mir auch viele Türen geöffnet. So war das damals. Und dann hat sich das entwickelt irgendwie. Und ich fand das ganz cool. Weil hier, du hast es ja vorhin gesagt, hier darf man nicht studieren. Da drüben konnte ich einfach machen, was ich wollte. Und das war dann irgendwie so eine ganz, für mich eine ganz coole Geschichte. So Mitte 20. Ich fand das toll, ja. Es gibt so eine Story von dir mit Meet Love. Der wollte unbedingt ein Musikvideo mit dir drehen. Du hast es damals abgelehnt. Du hast einen Haufen Geld verloren dadurch. Aber später hat er dich dann immer als Fotograf genommen. Das hätte ich jetzt echt nicht mehr gewusst. Aber das gibt es wirklich auch die Geschichte. Ich war in London. Das war spät. Das war 2009 oder 2010. Da waren wir in London ein Fotoshooting machen mit Meet. Und dann hat er gesagt, er wird gern, dass ich die ganzen Musikvideos von dem Album, da kam eben ein Album raus von ihm, für ihn mache. Und er wusste, ich habe ja viel gefilmt und Musikvideos gedreht auch. Und dann musste ich ihm in seinem Hotelzimmer, ich weiß noch genau, da war der Charles dabei, noch mein Assistent aus London. Da habe ich ihm erklärt, dass ich das nicht machen kann. Ja, wieso? Und da ist er echt erstmal rum. Da kann er schon aufbrausend werden. Und dann hat er echt sich erstmal so... Ich habe gemeint, gibt es überhaupt noch keiner Nein gesagt zu mir? Dann habe ich gesagt, ja. Ich habe ihm erklärt, dass ich nicht gut fotografieren kann, wenn ich auch viel filme. Das Ding ist erstmal total verrückt. Weil viele Leute denken, du hast eine Kamera. Das ist überhaupt nicht eins. Ja. Heute ist es anders, weil ich so oft hin und her geswitcht habe. Damals war es wirklich so, dass ich mich so konzentrieren wollte und musste auf ein Metier, dass ich keine Lust hatte, komplett umzuschalten. Also ich war auch in Los Angeles und ich habe damals viel für Disney gearbeitet und habe dann auch dort Musikvideos gedreht und angeboten bekommen. Disney hat ja auch ein Record Label. Sie haben ja auch eine Plattenfirma, wo sehr viele Künstler machen. Und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ich mache das nicht mehr. Ich mache keine Musikvideos mehr. Überhaupt nicht, weil mich verwirrt das komplett. Also ich kann mich nicht konzentrieren auf Fotografie. Und das hat der Meet damals nicht so ganz verstehen wollen. Also er hat es natürlich dann akzeptiert und hat mir mal später erzählt, dass er das eigentlich ganz cool fand irgendwie, dass da jemand kommt und Nein sagt, weil das für ihn nicht funktioniert. Und er hat mir dann erklärt auch, dass er das kennt, weil er ist Musiker, aber er ist auch Schauspieler. Er hat ja auch Sachen gemacht, wo beides ist. Okay Horror Picture schon. Genau, aber er spielt ja auch viele Spielfilme mit. Also nicht als ganz großer Schauspielstar, aber er hat ja viele, viele Spielfilme gedreht, dreht auch im Moment gerade einen, habe ich gerade gelesen. Und dass er das kennt, weil das sind auch wirklich zwei ganz verschiedene Dinge irgendwo. Und ja, heute könnte ich das wahrscheinlich eher umswitchen, aber damals war das für mich echt so eine Nummer, wo ich, ich wollte auch besser werden beim Fotografieren. Ich dachte, ich bin da nicht gut genug und habe gesagt, ich muss mich da konzentrieren irgendwie. Das ist ja etwas, was Künstler immer antreibt, der Gedanke, dass sie denken, sie sind nicht gut genug, sie müssen noch viel, viel besser werden. Das hört man so oft von Schauspielern auch, die sagen, das hätte ich doch viel, viel besser machen können. Aber du hast dann irgendwann tatsächlich gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Fotografie. Das war irgendwann 2004, 2005. Warum dann diese Entscheidung, wo du doch so breit aufgestellt warst, als Mensch, als Person, als Künstler? Ja, weil es war eine künstlerische Entscheidung, komplett so. Also ich habe vorhin gesagt, man lässt sich treiben irgendwie so und ich habe gemerkt, das ist genau das Richtige. Und da werde ich, das klingt echt blöd, also dieser Antrieb, wo du eben von sprachst, so dieses Getriebensein, das ist nichts Gutes eigentlich. Also ich finde, das ist etwas Tolles, weil man macht viel, aber es hat auch ganz viele negative Seiten, so muss man ganz klar sagen. Also man pitcht sich ans Limit, auch körperlich manchmal. Das habe ich alles schon gemacht irgendwie. Und das ist nicht immer gut im Leben. Aber damals habe ich eben mit der Fotografie gemerkt, dass das eigentlich das ist, wo ich glaube, dass ich mich da viel besser ausdrücken kann. Und habe dann für mich entschieden, das machst du jetzt richtig. Da auch die Entscheidung ist, gehst du richtig nach Los Angeles. Dann hat damals mein Freund und Agent, der mich dann quasi da so etwas gemanagt hat, weil ich brauchte ja eine Agentur, weil einfach ohne Agentur in Los Angeles ging das damals gar nicht noch. Heute hat sich die Zeit auch da verändert. Und dann hat er mir gesagt, ey, die brauchen nicht noch einen Fotografen hier. Und da habe ich gesagt, das ist mir egal. Und ich weiß auch noch, und dann irgendwie ein halbes Jahr später habe ich dann mein erstes Fotoshooting mit Bon Jovi gemacht. Da war ich dann natürlich tierisch stolz und so. Also es hat eigentlich sehr schnell funktioniert. Auch weil er hatte meine Fotos gesehen und fand einfach den Style ziemlich cool. Und das hat mich auch bestätigt dann in der ganzen Geschichte. Und das war so ein Ding, das mache ich aber oft. Wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und dann muss man auch andere Dinge einfach wieder beerdigen. So, man kann nicht alles machen. Der Reflex eines Fragestellers ist natürlich sehr, sehr schnell der, dass man sagt, Martin, du hast mit dem gearbeitet, du hast mit dem, du hast ja ein paar jetzt gerade schon angesprochen. Gibt es irgendeinen, wo du sagst, wenn ich das richtig verstanden habe, Meet Love ist bei dir der Meet. Also gehe ich davon aus, dass du eine engere Beziehung vielleicht auch verstehst. Aber gibt es irgendeinen nach all diesen Jahren, wo du sagst, mit dem war es richtig, spitzt formuliert, richtig geil zusammenzuarbeiten? Ja, das eine sind ja die Leute, die man dann kennenlernt und auch vielleicht, man gewinnt ja auch Freunde, das ist eine Geschichte. Also man lernt ja auch dann vielleicht irgendwelche Stars kennen und mit denen versteht man sich gut und denen arbeitet man öfter zusammen. Und das andere ist das Professionelle, mit wem kann man gut arbeiten. Also ich finde immer Leute toll, die mich auch fordern, die wirklich was Gutes wollten irgendwie. Und dann gibt es Leute, die einfach nur, die echt witzig sind und sympathisch und so. Ich meine, ich habe ja diese Rock'n'Roller gehabt, werde ich ja oft gefragt, aber ich habe ja viel mit dem Lemmy dann von Motorhead. Lemmy, Motorhead, der ist ja gestorben 2015. Und so Leute fand ich halt mega sympathisch, weil ich dann Leute kennenlernen durfte, die eigentlich ein ganz anderes Image haben. So ein verrückter Rock'n'Roller, der nur trinkt irgendwie und was weiß ich, wie aussieht. Und der dann stellt sich raus, du sitzt da mit dem so ein paar Nachmittage beim Arbeiten und merkst auf einmal, das ist ja super, der ist ja voll hochintelligent und erzählt ja alles Mögliche über Geschichte und so Zeugs. Also da habe ich ein paar Überraschungen erlebt, wo ich Leute kennengelernt habe, die wirklich halt komplett anders waren. Das geht wahrscheinlich jedem so in der Branche irgendwie. Und das fand ich schon ziemlich bereichernd irgendwie so, dass man dann hinter die Kulissen schauen darf. So als kleiner Martin aus Heidelberg, der ich ja mal war und losgezogen bin irgendwie. Zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr warst du? Vielleicht nicht, aber ich fand es halt immer so. Und ja, ich fand es einfach super interessant, wen man kennenlernen kann in der Branche und wo man sich ja auch selbst dann ja auch menschlich entwickeln kann. Also du lernst ja Leute kennen um die ganze Welt. Und das ist dann, man kriegt einen größeren Weltblick, finde ich irgendwie. Interessant ist ja dann schon, dass man dann vielleicht wieder nach Heidelberg zurückkommt. Das ist ja dann eine andere Geschichte. Der bekennende Kurpfälzer. Ja, das auf jeden Fall. Und ja, es gab sicherlich einige und auch die natürlich drumherum. Also es gibt ja so viele Menschen in dieser Branche, mit denen man dann viel arbeitet, eng zusammenarbeitet. Auch meine ganzen Assistenten, mit denen ich ja dann, ich habe vorhin in London erwähnt, da gibt es jemand und dann in Los Angeles natürlich. Es wurden ja ganz viele Freunde auch und die ich auch heute sehr vermisse, weil ich ja nicht da bin und auch nicht durch Corona, dass ja alles nicht mehr so ging. Ja, also das war in jedem Beruf, denke ich mal so. Das Interessante ist, und ausdrücklich muss ich dazu sagen, ich bin kein Feuilletonist, aber ich habe mir natürlich im Vorfeld viele deiner Fotografienarbeiten angeschaut. Ich finde die Vielfalt interessant. Du bist jetzt keiner, aus meiner Sicht zumindest, keiner, der sagt, alles geht in diese Richtung, wir machen es nur so, sondern es ist ganz, ganz bunt gefächert. Hat das mit den Persönlichkeiten zu tun, die du abgelichtet hast, dass da jedes Mal etwas Neues kommen muss in anderen Situationen? Es gibt ja auch Fotografen, die stellen die Menschen, die sie fotografieren, immer in das gleiche, etwa gleiche Setting. Bei dir ist das sehr viel breiter. Täusche ich mich? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege? Naja, ich denke also zum Ja und Nein, also breiter auf jeden Fall, weil ich immer geguckt habe, was kann ich mit demjenigen überhaupt machen, was passt zu dem natürlich, das macht ja wahrscheinlich jeder irgendwo. Einen roten Faden hat das Ganze, das ist dann wahrscheinlich so mein stilistisches Mittel, wie ich fotografiere. Ich arbeite sehr viel mit Licht, also eher ganz altbacken mit Lichtsetzen und so, also nicht nur Digitaltechnik und das zieht sich bestimmt durch die Fotos. Aber natürlich musst du mit den Leuten das machen, was passt. Es sind ja auch ganz verschiedene Genres irgendwie gewesen, waren ja nicht nur Musiker. Und ja, und dann gibt es auch Wünsche. Es gibt ja auch dann die Leute, die sagen, du, ich will gerne irgendwie mit dir in die Wüste und irgendwas ganz Verrücktes machen. Und der andere sagt, hast du eine Idee? Das habe ich ganz oft. Also ich wurde zum Glück ganz oft gefragt. Also mein Stil war gefragt. Ich fand das toll, dass ich also wirklich auch, die haben zu mir gesagt, hey, wir wollen das, was du machst. Und dann konnte ich mir was Neues überlegen. Und das finde ich natürlich eine super Bereicherung. Das Beste, was es gibt. Das Beste, was es gibt. Logisch, klar. Da habe ich auch Wert darauf gelegt, dass ich das irgendwie schaffe, dass ich meine Sachen machen darf. Ich habe auch viel abgelehnt. Ich habe wirklich oft Dinge abgelehnt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, die auch lukrativ waren. Weil ich, also ich habe vorhin mal Disney erwähnt und so Sachen. Und dann kam da irgendwie, ja, kannst du das Shooting machen? Aber du, du musst wirklich, guck mal hier, das ist so irgendwie eine neue Teenie-Star und wir wollen was ganz Straightes. Dann habe ich es auch probiert. Dachte ich lukratives Projekt und habe es einmal gemacht. Und habe gemerkt, das ist totaler Schrott. Das will ich nicht. Das kann ich nicht. Das ist auch nicht gut. Ich bin dann auch nicht gut. Weil ich kann das ja nicht was andere. Man kann ja nicht jemanden irgendwo rein. Du kannst doch nicht einen Musiker zwingen, irgendwas so zu singen, wenn er einfach nicht so fühlt. Ja. Ja. Und dann muss man auch Nein sagen. Ja. Wichtig. Ganz wichtig. Weil du es ansprichst, das Gefühl. Viele Menschen, gerade in der heutigen Zeit mit dem Handy, ist schnell ein Bild gemacht. Ja. Oftmals die Fotografen, die auch für Presseorgane arbeiten, sterben ja mehr oder weniger aus der Beruf, nicht die Fotografen, weil oftmals einfach nur dieses Handy rausgenommen wird und ein Bild gemacht wird. Das hat noch nichts, wie ich finde, mit Fotografie zu tun. Aber wie wichtig ist denn das Gefühl, das man auch hat am Setting, auch dem Menschen gegenüber, den man dann porträtieren soll? Ist das für dich ein wichtiger Punkt gewesen oder ist es immer noch? Es ist absolut ein wichtiger Punkt. Also ich bin, ich bin ja jemand, der dann am Set, ich unterhalte mich mit den Leuten einfach so. Ich bin ja eher so auch ein lustiger Kerl. Es gibt auch Shootings, wo ich dann wirklich stundenlang mit den Leuten einfach nur rede. Zwischendrin fotografieren wir, bauen wir um. Das Allerwichtigste finde ich nicht jetzt nur, dass man sagt, also es gibt so Fotografen, die sagen dann ja, du brauchst eine Connection zu der Person und da musst du jetzt irgendwie da. Das ja, aber einfach zu merken, wie jemand tickt. Und wenn jemand entspannt ist, weil er sich gut unterhält mit dir, dann sieht er auch gut aus. Das ist meine Erfahrung. Also dann wird er natürlich, auch wenn er postet, selbst eine Frau muss ja eher sich posten, also das ist ein ganz anderes Fotografieren oft. Aber selbst die Mädels, wenn die Spaß haben und zwischendrin macht man was weiß ich was, ein paar Witze und irgendwie oder erzählt irgendwas Geschichten, dann wird das Ganze entspannt, da entsteht Vertrauen. So und Vertrauen ist schon ein Wort, das ist ganz wichtig, wenn man fotografiert. Und du siehst auch einen guten Foto an, ob derjenige nur irgendwie macht, was du willst, oder ob er das wirklich auch, ob er sich wohlfühlt. So wohlfühlen ist wahrscheinlich das richtige Wort. Ich habe zum Beispiel in Los Angeles, habe ich dann auch so ein Set an Assistenten gehabt. Also es gab so meine beiden Hauptjungs, die immer dabei waren, organisiert haben. Aber ich hatte wirklich Assistenten oder Hair- und Make-up-Artists. Die habe ich gebucht, je nachdem, mit wem wir gearbeitet haben. Also ich hatte die verrückten Vögel, die nimmt man mit, wenn da irgendwie so ein Pop-Sternchen ist. Die will halt irgendwie Tütteltü irgendwie und will dafür halt labern die ganze Zeit mit dem Hair- und Make-up-Artist. Muss man auch berücksichtigen natürlich. Und dann gibt es den Rocker, der will eher irgendwie so ein paar Typen, die eher da ihren Mund halten. Aber irgendwie, was weiß ich was. Und da habe ich wirklich geguckt, dass die Crew immer passt. Das war eh so ein Ding, die Leute, also ich habe viel Jobs bekommen in Amerika, weil ich rumgesprochen hatte, dass das, was wir da so machen, wie wir organisieren, dass das da super läuft alles und so, dass das immer gute Leute sind. Und ich fand das ganz wichtig so, weil ich habe dann ja Spaß und die Leute vor der Kamera hatten auch Spaß. Und ich glaube, ich bin oft wieder gebucht worden. Nicht vielleicht, weil es die besten Fotos waren, sondern vielleicht, weil es einfach mit uns ein cooler Tag war. Weil die Leute Spaß hatten. Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch eine Rolle spielt. Erstmal natürlich die künstlerische Tätigkeit und das Endergebnis, was rauskommt. Aber das andere spielt eine Rolle. Ja. Du hast als Art Director, hast du auch bei Tourneen gemacht. Du hast Tabaluga gemacht mit Peter Maffay. In Zusammenarbeit, glaube ich, mit Epicto. Viele, viele diese Dinge. Was kann man sich denn dann bei so einer Tournee unter Art Director vorstellen? Entwirfst du das Bühnenbild? Bei Tabaluga ist ja auch eine gewisse Handlung dabei, logischerweise. Oder, weil das klingt immer so, Art Director klingt immer toll, finde ich erst mal. Ja. Aber was genau dahinter steckt, kann ja völlig unterschiedlich sein. In unterschiedlichen Jobs. Und was denn dann bei den Tourneen, die du... Also Art Direction mache ich bei solchen Tourneen eigentlich in der Form nicht. Habe ich schon. Aber in der Form war ich zuständig als Kreativ Director für die Visuals. Also alles, was auf den LED-Wänden läuft. Bei Tabaluga zum Beispiel. Das heißt, bei Tabaluga gab es einen Regisseur, der Rufus Beck. Der spielt ja auch mit, der Rufus ist ein Schauspieler. Und mit dem Rufus habe ich dann... Also ich und mein Team haben wir quasi ein halbes Jahr vorher angefangen. Haben die ganzen Szenarien, die es ja im Drehbuch gab. Es gab auch ein Bühnenbild. Das war nicht von uns. Es gab einen Aufbau. Es gab Videoleinwände. Und dann haben wir quasi die ganzen Bühnenbilder. Also es war meine Arbeit. Habe ich dann mit dem Rufus zusammen mit dem Regisseur entwickelt. Wie sieht das denn aus? Da gab es eine Unterwasserwelt. Und dann wird die eben... Was passiert da? Gibt es da Delfine, die rumschwingen oder sowas? Und dann haben wir das entwickelt und haben das auch komplett entworfen. Wir machen dann viel mit 3D-Design. Ja. Disney-Style. Und das mache ich bei Tourneen. Habe ich die letzten Jahre oft gemacht. Eigentlich in der Zeit, wo ich jetzt wieder hier in Deutschland bin. Das hat sich so ergeben. Das fand ich aber auch ziemlich interessant, weil es war vor Corona auch eine super interessante, lukrative Geschichte. Und bei mir hat sich sehr viel zusammengefügt, weil es waren Bands. Es war Musik. Es war mein Genre. Also ich kenne mich da aus. Mit den Leuten. Du hast Peter Maffer erwähnt. Man arbeitet ja auch mit den Künstlern, sitzt dann da und überlegt sich, was passt da? Was geht da? Und ich kannte mich aus mit Live-Tourneen. Ich war ja viel auf Tour als Fotograf früher auch in so Sachen. Das hat gepasst. Und eigentlich aber kam ich dazu, weil es eben, du hast es vorhin schon erwähnt, gab die Firma Epicto hier. Oder es gibt natürlich die Firma Epicto, den Michel Schenk. Und es gibt den Günter Jäckle, der ja die Sets entwirft. Er macht die Bühnenbilder. Ja, genau. Und der Günter, der hat mich eben vor Jahren da mal irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam, gefragt, reingebracht. Und da haben wir da angefangen zu arbeiten. Und dann hat sich das auch weiterentwickelt. Und dann haben wir auch irgendwann, also habe ich dann mit den ganzen anderen Künstlern hier gearbeitet. Ob das jetzt dann Peter Maffer, Udo Lindenberg. Auch aktuell noch machen wir wieder neue Sachen. Und ich fand das ganz cool, weil sie das was Neues war für mich. Wo ich irgendwie früher schon viel gemacht hatte. Ich hatte in den 90ern so andere Geschichten. Aber ich habe mal so eine Kinderserie gemacht fürs Fernsehen. Eine 3D-Kinderserie. Ganz andere Geschichte. Ja, ganz andere. Das weiß ich jetzt nicht. Aber die ist auch gefloppt. Aber die habe ich auch gemacht. Aber ich kannte mich da eben aus in dem Metier. Und ich habe auch für Kinder früher viele Sachen gemacht. Wir haben so Kinderserien entwickelt. Und das hat gut gepasst. Und das machen wir auch heute noch. Jetzt ist natürlich live etwas abgestorben irgendwie die ganze Geschichte. Aber wir machen jetzt aktuell gerade wieder Sachen. Und ja, fand ich auch sehr toll. Eine neue Veränderung. Auch super hier in der Gegend. Gibt es Leute und Firmen, die das machen. Und ich fand das spitze. Und da bin ich auch gut gelandet irgendwie. Also im Vorfeld hatte ich das Gefühl, als ich gelesen habe, was es alles für dich, über dich zu lesen gibt, hatte ich das Gefühl, der Martin, das ist so ein Ruheloser. Der ist so, der kann, der ist so ein Irrwisch, der überall rum springt. Mal da, mal da. Jetzt erlebe ich dich aber hier in diesem kleinen Studio als ein in sich gekehrter, mit sich zufriedener Mensch. Welche Wahrnehmung ist die richtige? Es gibt bestimmt beide Seiten. Es gibt bestimmt beide Seiten. Und ich denke schon, dass die ruhigere Seite, die natürlich immer vorhanden war und ist, aber die ist, die zur Zeit vorherrscht, weil ich bin ja nicht mehr ruhelos. Also ich bin ja auch, du hast mich am Telefon gefragt im Vorgespräch, ich bin ja vor zweieinhalb Jahren bin ich eigentlich nach Deutschland zurückgekommen. Dann, also ich musste mir mal überlegen, ob ich in Los Angeles bleibe oder ob ich hier leben will, weil ich bin dann irgendwann gependelt, weil ich eine Lebensgefährtin hier hatte und das war, fliegst du zehnmal im Jahr nach Los Angeles, also mit Jetlag. Das geht alles, aber das geht halt nicht wirklich. Ja. Und dann habe ich eigentlich vor langer Zeit schon 2016 entschieden, dass ich nach Deutschland zurückkommen werde. Musste natürlich erstmal schauen, wie mache ich das beruflich, privat. Also ich hatte zum Glück noch hier ein Haus, wo ich jetzt auch drin lebe irgendwie, aber habe mir überlegt, wie kann ich das Ganze anstellen. Und ein Grund, ein Hauptgrund war, dass ich keine Lust mehr hatte, diese ruhelose Rolle zu übernehmen. Das war mir zu viel geworden. Auch gerade Los Angeles ist eine tolle Stadt. Ich liebe die Stadt und ich passe da auch voll rein. Aber ich hatte, es hat ja irgendwie sich da drüben dann auch, der Schluss ist ja eskaliert, ich habe dann irgendwann so eine fancy Serie mitgespielt, eine Reality Show. Genau. Also es ist alles toll, aber es war irgendwann, es wurde irgendwann extrem und ich wollte das nicht mehr. Ich wollte das wirklich nicht mehr und habe dann überlegt, so jetzt machst du Schluss damit. So dann haben mich alle verrückt erklärt und dann habe ich das auch nicht groß kommuniziert und habe dann irgendwann die Zelte abgebrochen. Also habe das halt über zwei Jahre geplant und genieße seitdem meine Ruhe, weil ich halt seitdem einfach keine Ausstellung mehr mache, einfach mich wirklich nur auf die reine Arbeit konzentriere. Also ich wollte eigentlich wieder gebucht werden für das, was ich wirklich kann. Es gab eine Zeit, wo ich meine Jobs bekommen habe, weil ich der Fotograf bin, der mit dem arbeitet, mit dem und dem und dem und das ist ja gut und das läuft so in der Branche. Mir wurde das aber zu viel, weil ich habe gemerkt, es geht ja gar nicht mehr darum, was du machst, sondern nur, ob dieser Typ, ob du der Typ da bist, der halt mit diesen Bellstars arbeitet. Das habe ich ja auch provoziert. Ich habe das ja auch als Marketing-Tool benutzt, aber ich hatte keine Lust mehr drauf. Ich wollte wieder gebucht werden, weil ich was kann. Und das war wirklich ganz, ganz wichtig und das hat mich umgetrieben. Und dann habe ich einen Strich gezogen und heute arbeite ich wieder, weil ich was kann. Und weil ich was den Leuten anbiete, auch wenn es ein Fotoshooting ist, wo ich aber weiß, derjenige möchte das unbedingt haben, weil ihm gefällt das, was ich mache. Und dann passt das Ganze auch. Aber es ist ja ein hohes Privileg. Das kann ja nicht jeder sagen von sich, wenn ich keine Lust mehr habe, mache ich was anderes, weil es mich nicht mehr fordert. Da ist natürlich ein wirtschaftlicher Hintergrund muss da sein dafür, dass man das aufgeben kann. Aber es ist natürlich ein Stück Freiheit, nicht wahr, für dich, die du dir erlauben kannst, natürlich aufgrund der Karriere, aufgrund dessen, dass du ein Mensch bist, den man weltweit kennt. Das gibt einem ein gutes Gefühl, oder? Ja, also das war natürlich auch eine große Überlegung, diese wirtschaftliche Seite. Ich muss ja auch gucken, was mache ich, oder logisch. Ich habe auch dann schlaflose Nacht irgendwie, um Gottes Willen, ich werde kein Mensch mehr anrufen. Mir wurde das auch prophezeit von einigen meiner Leute, mit denen ich arbeite. Und ja, ich konnte mir das also ein Stück weit schon leisten, ein Stück weit aber auch nur. Also hätte es aber gar nicht funktioniert. Also wäre ich nicht wo neu gelandet hier wieder, dann hätte es nicht funktioniert. Aber mir war es das wert, weil ich hatte auch keine Angst davor, weil ich einfach so oft neu begonnen habe, in dem was ich tue, dass ich mir gesagt habe, wenn das nicht klappt, machst du halt was anderes. Das war wirklich so. Also es gab auch nie die Idee, gut, dann gehst du wieder nach Hollywood und machst da wieder irgendwie die gleiche Nummer. Es war einfach so, ich gucke mal, was kommt und ich denke, ich mache das in zehn Jahren wieder. Also ich glaube nicht, dass ich in zehn Jahren, ich glaube nicht, dass ich die nächsten vielleicht zehn, 15 Jahre meines Berufslebens, das ich auch noch vor mir habe, irgendwie das Gleiche tun werde. Ich fände es sehr langweilig irgendwie. Das ist toll, wenn man das so von sich selbst, glaube ich, sagen kann. Aber jetzt ist es natürlich einmal ein riesen Schritt Los Angeles, ein Teil des Jahres zu leben, auf der anderen Seite in Heidelberg oder in der Region hier zu leben. Es ist dort hektischer, wie du es eben anklingen lassen hast. Aber hier, die Kurpfalz ist ein Stück weit ruhiger. Jetzt bist du komplett wieder hier. Tut es der Seele gut? Absolut. Weg von diesem Showbiz zu sein? Ja, als ich damals noch dann gependelt habe am Schluss, war es ja so, ich war in Los Angeles, ich habe da unterschiedliche Wohngegenden gehabt, aber ich habe dann am Schluss da in den Hollywood Hills gelebt, irgendwie in so einem Gästehaus, was ich gemietet hatte, von einem guten Freund. Und da gehe ich jeden Morgen joggen und dann läufst du da und triffst Menschen auf diesen Straßen, auf den Bergen, die ja eigentlich einsam sind. Und jeder grüßt dich und du kommst, ich lebe hier in Neckargemünd. Ich habe ein Haus in Neckargemünd, das hat sich mal so ergeben. Und dann komme ich da zurück und dann gehe ich da morgens joggen am Neckar. Das mache ich ja heute fast jeden Tag noch. Und dann läufst du da und dann grüßt dich da keiner. Dann habe ich gedacht, okay. Das war wirklich so der Unterschied, das spricht Bände. Dieses Amerika ist vielleicht oberflächlich, aber es ist sehr, sehr offen. Und das habe ich genossen, das habe ich genossen. Und immer, wenn ich zurückkam und morgens joggen war und gemerkt habe, ich rufe den Leuten Hallo entgegen und die Leute gucken mich blöd an. Das war wirklich so. Das war das eine, dieses Merken, man ist zurück. Aber die Ruhe, ich habe das ja auch damals genossen, das Hin und Her dann am Schluss. Also die Ruhe, die ich hier habe. Ich habe hier ein Büro, ich kann hier arbeiten, da gibt es auch Mitarbeiter. Aber ich komme ab und zu raus für Produktion, für Dreharbeiten, für Shootings. Das machen wir ja auch jetzt aktuell. Bei Corona natürlich weniger als zuvor, aber zum Glück mehr als genug. Aber die Ruhe, die ich habe, wenn ich dann einfach nur zu Hause bin und in Ruhe arbeite, kreativ, das hatte ich in Los Angeles zwar in meiner Wohnung dort dann auch. Da ist man auch nicht jeden Tag auf der Straße unterwegs. Aber es war eben immer der Rummel außenrum. Ja, du bist jeden Abend irgendwo hin und das habe ich ja gar nicht mehr. Vielleicht momentan extrem wegen Corona natürlich, aber das passt heute mehr zu mir. Ich glaube, das ist eher das, was ich machen sollte. Und ja, und von daher gesehen ist alles gut. Ein Kind der Kurpfalz. Hat sich jemals die Frage dir gestellt, ob du aus dieser Region komplett wegziehst und auch aus natürlich beruflichen Gründen dich komplett in den USA ansiedelst? Ja, klar. Also damals, als ich da rüber bin, dann richtig. Und auch mich da, ich musste mich ja für ein Visum bewerben. Also das war ein Riesenprozess, dass man da erstmal richtig leben darf. Das war ja wirklich, ich habe bei mir auch drei Jahre gedauert. Das war echt furchtbar, die ganze Aktion. Hat aber geklappt. Und damals war ja der Plan, dass ich hier nicht mehr zurückkomme. Also das war eigentlich für mich ganz klar. Ich möchte eigentlich drüben bleiben, wenn es funktioniert. Ich kann auch nicht mehr sagen, wann sich das dann geändert hat irgendwie so. Es war halt so ein Erlebnis irgendwie so. Man merkt halt irgendwo, wo die Vor- und Nachteile sind. Beruflich wie privat. Aber mir war eins klar, wenn ich jetzt nicht in Amerika bleiben würde in Los Angeles und ich gehe wieder zurück nach Deutschland oder woanders hin, dann komme ich hier nach Heidelberg zurück irgendwie. Das war für mich überhaupt kein, also ich sage immer Heidelberg, aber ich meine, das ist meine Gegend. Ich habe ja auch früher in der Stadt gewohnt. Und für mich gab es keine, es gab nicht die Idee, ich ziehe nach Berlin oder irgendeine Nummer irgendwie. Das Tolle war, dass ich irgendwie das gar nicht, das habe ich erst später gemerkt, aber das Coole ist wirklich, das ist wirklich ein Privileg, dass ich hier sitzen darf auf meinem Dorf oder meiner Kleinstadt irgendwie und habe meine Arbeit und werde da gebucht und werde angerufen. Auch heute noch, eigentlich mehr denn je, das ist wirklich ein Witz, also völlig kontraproduktiv, auch mit der Corona-Situation. Ich habe mehr Angebote, als ich machen kann. Das ist natürlich, ich finde das wirklich super. Wir tun auch was dafür, obwohl ich nicht in Berlin lebe oder in Hamburg oder in Köln oder in München oder in Los Angeles, sondern ich sitze hier und die Leute rufen an und wir dürfen für auch noch Stars arbeiten. Ich finde das super und ich freue mich auch sehr, dass es da ja wirklich dann um die Qualität der Arbeit geht, dass die Leute wissen, da ist einer, mit dem möchte ich arbeiten. Sonst würden die ja nicht hier anrufen, sonst würden die den nächsten hippen Typ nehmen aus Berlin, ist auch okay. Und ich bin auch nicht mehr so gefragt bei den Jungen, also man merkt ja, man wird ja auch älter und ich habe natürlich viele ältere Künstler, für die ich dann arbeite. Aber so what, ist auch okay, ich hätte auch keine Lust mehr irgendwie in Berlin rumzurennen und dann die mit irgendwelchen jungen Bands und was weiß ich was, da bin ich auch irgendwie, das ist zu anstrengend. Kein Berlin, kein Hamburg, kein Köln, stattdessen die Kurpfalz. Da wo du geboren bist, da wo du mittlerweile wieder lebst, du darfst ein Loblied auf die Kurpfalz singen. Oh, okay. Ich habe ja vorhin schon so eine Liste ausgefüllt mit fünf Fragen zu Kurpfalz. Jetzt wird es schwieriger, jetzt sind wir live on. Nee, aber wenn ich jetzt mal wirklich, also ich meine gut, da die Zeiten Los Angeles, das war ja auch ein tolles Leben, weil man lebt da irgendwie vielleicht auch am Meer und das ganze Jahr ist es warm und schön. Und die Gegend bei uns hier ist ja auch wirklich eine Gegend in Deutschland, wo es wirklich ein, also ich sage mal, von mittlerweile April bis Oktober schönes Wetter hat, im Großteil. Also ich finde, man kann ja unheimlich toll leben. Man hat es nicht, ich bin ein Riesenfan auch, wenn ich hier, ich bin ein großer Bergfan, ich fahre super gern Ski, wenn es geht natürlich. Da bin ich auch bald irgendwie, ich muss nicht weit fahren irgendwie. Ich bin natürlich ein Fan von der Kurpfalz, weil wenn man hier aufgewachsen ist, kennt man natürlich die ganzen, man kennt die Menschen, man kennt die Musiker, die Lokalen. Hier die ganzen, mit denen man früher irgendwas gemacht hat. Man kennt, ja, man kennt viele Menschen so und das macht es natürlich wertvoll. Das ist woanders natürlich genauso, aber die Menschen hier, das ist so ein großer Bekanntenkreis, den ich auch habe. Und man kann so viel machen hier, es ist super toll und dann gibt es hier Sport und alles und ich kann hier, man geht dorthin zum Spiel, was es natürlich auch wieder nicht geht mit Corona momentan wieder. Aber man kann viel erleben, man ist nicht hinter dem Berg irgendwie hier, das finde ich ganz wichtig. Ich habe früher auch gedacht, du musst hier raus, du musst in eine Großstadt, weil du bist ja irgendwie der, bist der Mann vom Dorf irgendwie so. Das wurde mir früher auch wirklich glaubhaft gemacht in den 90ern, da habe ich mich bei Plattenfirmen beworben, die haben mich echt rausgeschmissen so hier in Deutschland, die wollten nichts wissen. Als ich dann in Amerika war mit eben den Stars, war ich interessant für die. Und ich finde hier, also ich habe hier ein genauso interessantes Leben am Puls, wie wenn ich in Los Angeles bin. Da ist es vielleicht verrückter, hier ist es ein bisschen gemäßigter das Tempo, aber ich finde, hier kann man wunderbar leben. Die Lebensqualität ist doch super, also ich meine, du lebst ja auch hier, wir leben ja beide hier. Ich habe aber auch drei Jahre in den USA gelebt. Okay, gut, dann hast du dann. Also ich habe auch ein Stück weit mitgekriegt da drüben das Leben. Hast du auch mitgekriegt, gut. Das anders ist, ja. Insofern, du hast am Anfang gesagt, so ein Stück mit der Schublade, also ich finde, da darf ich mich wiederholen, Martin Häusler kann man in keine Schublade stecken. Und ich fand es hochspannend, sich mit dir zu unterhalten. Du bist nicht zu packen, was die Kunst angeht. Du wandelst dich oft, du entwickelst dich weiter. Und genau das wünsche ich dir für die nächsten Lebensjahre und natürlich auch für die Berufsjahre und darf mich gleichzeitig bedanken, dass du bei uns zu Gast warst. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Super, schön. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Mehr zu sehen und zu hören. Gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.